Wie läuft's mit Mädchen aus der Bühne an? Nun läuft gut, aber ihre Mutter sagt, ich passe nicht richtig zu ihr. Aber Slavik hat schon einen Plan. Was für Plan? Siehst du das? No. Erfolg ist eine Imitation des Erfolgs. Slavik Junge 1643. Ich gehe einfach mit ihr zusammen Pfand abgeben in der Gucci-Tasche. Dann wird ihre Mutter sehen, dass Slavik so reich ist, dass er Pfand sogar in der Gucci-Tasche abgibt. Dann wird sie schon verstehen. Du weißt, was ich meine. Die wird das doch nicht sehen, Alter. Auch im reichen Viertel. Nachbarn bleiben Nachbarn. Wo ist sie? Wo ist sie nicht? Valera, was war das für Theater? Omelette. Was für Omelette? Nobeti war gestern da, die Eifersüchtige. No und? Kam gestern vorbei, um Rolex anzugucken. Die ist immer eifersüchtig, wenn ich bissen gehe. Denkt, ich gehe fremd mit der Hand. Blatt, wenn sie so verrückt ist, wieso bleiben sie hier die ganze Zeit? Blatt, Valera, nur. Ah, Valera, nur. Tam sisi, Blatt. Takis, sisi. Takis, takis. Immer wenn ich da bin, ein... In denen halt hier... Die ganzen... Jetzt sind immer so Knutschflecken dran. Blatt, ich von Samichke, Alter, schon dreckig. Immer hier so Knutschflecken, weißt du? Beißen. Dann, und immer wenn die... No, ein bisschen saugen, beißen, so dieses Lass. Immer wenn die auf Toilette gehen, ist der BH ja daneben dem Bett. Die hat zehn. Nee, ich gucke mal die Größe an, obwohl ich weiß, die Größe, aber ich muss immer kurz noch dran riechen und angucken. Willst du ein Bier? Ja. Nein. Tja. Rutsche, das Blitzschau. Wach um sieben Uhr auf, klopft die Tür bei mir. Bolen sind da. Warum waren Bolen da? Warum, Blatt? Du weißt, bei Leid, warum waren die da? Ist nicht schlimm, ich habe Waschküche geflutet. Wach um sieben Uhr. Soo. Luis. rafik. Vielen Dank.